Die Staffex-Tables sind auch hier in Leipzig, natürlich mit Daniel Deusser, aber eben auch seinem Kollegen mit Lorenzo De Luca und dieser neunjährigen Evita von Soggehoff. Diese Stute aus dem Besitz der Staffex-Tables von Stéphane Conter, die im vergangenen Jahr noch das Youngster-Finale beim CHIU in Aachen gewonnen hat und die hier richtig schnell unterwegs ist. Tobias Mayer 52,08 vorne und es sieht so aus, als wäre das die neue Führung. 50,67 Sekunden. Es geht also noch, noch schneller als Tobias Mayer. Knapp 1,5 Sekunden Unterschied zu Tobias Mayer. Das war unglaublich stark von Lorenzo De Luca und vor allen Dingen auch von dieser Evita von Soggehoff, deren Pedigree hier leider nicht verzeichnet ist. Vorletzten ist noch eine Pause im LKW-Preis der Herr Himmler, Herr Diplugento, Hans-Dieter Knapp 1,5 Literatur und Gleitung. Dankeschön.